Nimm deine Troll Potion, oh mein Gott, ist die gut? Oh mein Gott, ist die gut? Ich kenn mir auch mal eine. Warum ich? Von nun an gibt es mal wieder den Nun an und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Lucky Blocks Video. Mit dabei ist der Erik van den Triesche van den Berg. Ja Leute, ich bin auch wieder am Start. Warum eigentlich van den Triesche? Was ist eigentlich los mit dir? Ich weiß auch nicht warum. Genau Leute, der Erik van den Triesche ist hier mit am Start Leute und wir haben diesmal wieder einen richtig geilen Lucky Block mit dabei hier. Und zwar den Troll Lucky Block Leute und den stellen wir euch heute mal ein bisschen vor. Wir haben jetzt hier 32 normale Troll Lucky Blocks hier im Inventar und die werden wir jetzt öffnen und am Ende werden wir noch ein Battle starten Leute. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt durch. Okay, bist du bereit Erik für die erste Runde hier? Okay, also guckt euch erstmal die Textur an Leute, die ist richtig geil. Die hat dieses Trollface drauf und dann natürlich noch das Fragezeichen. Ist auf jeden Fall ganz nice gestaltet und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt durch. 3, 2, 1, los geht's! Oh, ich hab Schaf und du hast Diamanten. Ah, lol. Da sieht man den ersten Troll-Effekt Leute. Ich hab gedacht, ich bekomme Diamanten und explodiere einfach. Okay, die Diamanten habe ich jetzt trotzdem. Ich glaube, das war bei beiden, ne? Bei Schaf und bei den Diamanten. Ich glaube, bei beiden ist einfach alles explodiert. Also hier explodiert oft was Leute, das werdet ihr ja wahrscheinlich gleich sehen. Wieder Diamanten. Nein, ich muss weg. Oh nein. Hexen kommen runter, alles klar. Oh, ich hab auch geer Waffen. Oh Gott. Was war das? Ja, du bist einfach explodiert, wie immer eigentlich. Oh Gott. Das hat sich so angefühlt, als hätte mich irgendjemand geschlagen. Mein Hä? Was labert die Alte? Ohne Witz. War's das jetzt? Dankeschön. Okay, das Handy und irgendwie die Flasche hat sich selbstverständlich gemacht. Aber YOLO, weiter geht's hier. Los. Okay, alles klar. Oh, ich hab noch Lucky. Alter, du bist schon wieder explodiert. Achso. Oh mein Gott. Was macht denn diese, was hat denn die Hase da gerade gemacht? Ich bin verbrannt. Alter, was war da denn los? Okay, dieser Chow Lucky Block, Leute, ihr seht es schon. Ähm, der ist heftig am Ausrasten, LOL. Äh, LOL. So ne Bahn, so wie letztes Mal. Achso genau, so ne Bahn, Alter, was ist das denn hier? Was soll das darstellen eigentlich? Okay, durch die, quer hier, durch die Bäume, ist einfach so ne Bahn entstanden. Das ist auf jeden Fall feierlich, muss man auf jeden Fall sagen. Oh, Leute, die Kinder bauen. Oh no. Oh Gott, I'm weather, nein. Aber ich hab noch keine guten Sachen eigentlich bis jetzt bekommen. Alter, ich hab gerade bis jetzt auch nichts Gutes bekommen. Oh shit. Die eine Sache, Alter. Was ist da denn los? Man weiß es nicht. Okay, Leute, also wenn ihr öfters was auch von dem Chow Lucky Block sehen wollt, wie gesagt, ihr wisst, was zu tun ist, lasst einfach mal hier eine positive Bewertung da. Ich würde sagen, bei 3000 Likes gibt's direkt die nächste Folge von dem Chow Lucky Block. Deswegen lasst unbedingt hier einen gediegenen Like da. Und das wäre auf jeden Fall richtig fresh von euch. Oh, jetzt hab ich das erste gute Item. Ultimate Olympia. Ey, der Bob, der, ich hab so viel Angriffsschaden und der Bob, der schützt einfach nicht. Was ist los mit dem? Ich hab den Ultimate Illuminati Bow bekommen. Stärke X, Flamme X und unendlich 1. Ehrlich? Oh no. Oh mein Gott. Den hab ich auch schon ausgetestet. Der ist ultra OP. Der schießt sau viele Pfeile. Abflug für dich. Oh Gott, ich schieße den noch. Alter, da braucht man noch nicht mehr einen Pfeil dafür und der schießt schon rum. Alter, wie groß der auch ist. Okay, der ist übel neues, Leute. Okay. Da hab ich schon mal das erste OP-Item hier. Das muss auf jeden Fall drin sein. Äh, bald, äh, was ich auch noch kurz sagen wollte hier, äh, zwischendrin. Bald kommt ein limitiertes T-Shirt von mir raus, Leute. You are going to die in 3, 2, 1. Dankeschön. Das ist natürlich super. Äh, bald kommt ein limitiertes T-Shirt von mir raus, Leute. Ähm, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Äh, dann kommt es nämlich bald raus. Und dann könnt ihr euch das auf jeden Fall auf jeden Fall gönnen. Genau, und dann könnt ihr euch das auf jeden Fall auf jeden Fall gönnen. Genau, da könnt ihr auch mal vorbeischauen bei Eric Fannentrieche. Und, ähm, genau, Leute. Oh Gott. Lucky Helme mit Schutz 3. Oh, Alter. Ist dann ein Lucky Shirt, Leute. Also ein für die Lucky Crew-Mitglieder quasi. Könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Dann, wenn es zum Vorbestellen bereit ist, Leute. Ähm, ist bald soweit. Und dann könnt ihr euch das gönnen. Okay, oh. Jetzt hab ich einen weiteren Bogen. Stärke 8. Ich hab einen Stärke 8-Bogen einfach bekommen. Okay, hier, bitteschön. Jetzt hast du zwei OP-Bögen. Ja, Mann. Oh, und Schutz 5-Diahelm. Oh mein Gott. Okay. Aber ich krieg die ganze Zeit Schwerter. Troll Potion. Okay, ich bekomm hier auf jeden Fall... Bekommst du Schwerter und ich bekomm Bögen, oder was? Ja. Oh nein, ich werd auch sterben. Nein. Oh, ich bin auch... Hä, ich bin gestorben. Was? Ich hab deine Position eingenommen. Ja, bei mir hat's auf einmal gestoppt bei zwei. Und ich bin dafür gestorben, ey. Okay. Ich hab mich gerettet quasi. Oh no. Du hast mich nicht gerettet, du bist einfach in den Tod gelaufen. Oh Gott. Oh Schweine. Warum fliegen denn eh mal irgendwelche Tiere vom Himmel? Das kann doch echt nicht sein. Okay, den Drop gibt es auch mit Creepern. Oh. Ich hab ein geiles Schwert bekommen. Mighty Venom Sword. Oh Gott. Oh, das hatte ich doch, oder? Das hatte ich doch beim letzten Battle. Oh no. Gönnung. Mit 20,5 Angriffsschaden. Oh, guck dir mal den Healer-Bob an. Der ist auch richtig interessant. Oh. Der hat deinen Kopf. Ich weiß. Aber der heilt einen dann. Ja. Den musst du ja eigentlich in die Arena dann... Den musst du in die Arena teleportieren. Ja, ich werde den aber töten in der Hoffnung, dass ich seine Sachen bekomme. Can't touch this. Okay. Can't touch this. Oh Gott. Lucky Rabbit. Den töte ich mal. Oh Gott. Alter Schwede. Was ist denn hier los mit diesem Show-Lucky-Block? Das geht hier überhaupt nicht mehr fit. Oh Gott. Leute, ich hab schon meinen letzten geöffnet. Echt? Oh Gott. Ich hab's gar nicht gemerkt, dass ich den so schnell geöffnet bin. Oh lol. Venom Bob. Oh Gott. Der hat auch dieses Schwert, das ich hab. Aber ich werde töten. Ich werde ihn niederstrecken müssen. Ich kill dich. Oh Gott. Ich glaub, der stirbt niemals. Ich töte ihn. Der ist echt zu OP. Oh doch. Da ist er gestorben, aber hat nichts gedroppt. Oh doch. Das. Oh no. Was hat er gedroppt? Schärfe X mit. Ich sag es nicht. Ich soll es nicht sagen, sagen meine Zuschauer. Ich sag es nicht, okay? Aber wir werden in den Kampf sehen, was du gesagt hast. Ich hab mein Attack-Damage bei meinem Schwert auch noch nicht verraten. Ja. Okay, Erik, da muss ich, da muss ich schauen, ob ich überlebe, sag ich mal. Alter, okay. Es wird auf jeden Fall ein richtig geiles Battle gleich, weil ich hab ordentlich ein paar, ordentliche Potions, muss ich sagen. Okay, ihr könnt auch mal in die Kommentare reinschreiben, Leute, mit welchem YouTuber wir noch quasi so Lucky Blocks spielen sollen, weil wir spielen ja häufig so zu zwei. Da können wir auch mal mit anderen YouTubern noch zusammenspielen. Genau, sowas wie Lucky Walls oder so könnte man wieder machen. Oh Gott, da hab ich nämlich auf jeden Fall in der nächsten Zeit wieder was geplant. Könnt ihr auf jeden Fall in die Kommentare reinschreiben, welchen YouTuber ihr hier noch dabei haben wollt. Ich hab das Vampire Sword bekommen. Oh no, das sieht auch über nice aus. Alter, ich bekomm hier die Überschwerde hier zum Schluss irgendwie. Vorhin hab ich irgendwie nur Müll bekommen. Jetzt bekomm ich hier die Übersachen hier. Das ist auf jeden Fall schon mal was ordentlich freshes, muss ich sagen. Okay, ich hab jetzt hier noch ein paar drin hier. Oh, oh, Lucky Chessman mit Schutz 5, Alter. Ich bekomm hier die Dia-Rüstungen. Und ich bekomm auch die dauernden Troll Potions. Und ein weiteres Schwert. Mighty Withersword. Warte, oh Gott. Da ist dieser Healer-Bomb. Oh, das hab ich auch. Das hab ich auch mit 20 Jahren gesagt. Guck mal, der heilt mich die ganze Zeit. Geiler Typ. So, ich hab nämlich jetzt, glaub ich, auch alle... Ah nee, ich hab noch vier Stück. Und die öffne ich jetzt einfach mal hier. Oh, es kommt einfach... Oh nein, es kommt... Es kommt Kot vorm Himmel, um es mal hier einigermaßen angemessen auszudrücken. Oh mein Gott. Poop. Oh nein. Kann ich die essen? Ich ess die jetzt einfach, okay? Nee, ess die nicht. Ich bin nicht. Der Kot-Esser. Der Kot-Schießer ist back. Der Kot-Schießer ist back. Aber dieser ist der Himmel der Kot-Schießer. So ähnlich sah das auch. Alter, ich hab Übelkeit für vier Minuten. Dat läuft auf jeden Fall. Leute, wer den Insider noch kennt mit Kot-Schießer, schreibt's in die Kommentare aus. Blockbuster-Zeichen. Zeiten. Zeichen. Okay. Oh, Poop went. Lol. Guck mal, wenn ich die schlage, kommt Scheiße raus, glaub ich. Nee, ich krieg einfach Übelkeit. Recht? Oh, geil. Yeah. Yeah. Das ist doch schon mal feierlich hier. Okay, ich warte, ich töte mal diesen hier. Achso, den kann man nicht touchen. Das ist natürlich nicht feierlich. Okay. Oh, ich hab noch... Wie viel hab ich noch? Ich hab noch zwei Troll-Lucky-Blocks. Die gönne ich mir noch. Mal hier. Oh, ein Mini-Bob-Jr. Und der letzte ist... Spawned the Emperor. Okay. Alles klar, warte. Oh, das ist ein Boss-Monster. Oh nein, das ist ein Boss-Monster. Okay, warte, ich spawne mal so einen. Oh, und da ist er. Oh Gott. Der sieht auf jeden Fall nice aus. Okay. Okay, der hat auch so ein Überschwert hier. Muss man sagen. Okay, Leute. Wir rüsten uns jetzt noch ein bisschen aus. Ich hab jetzt meine ganzen Lucky-Blocks geöffnet. Hab auf jeden Fall richtig gute Sachen. Hab mehrere Schwerter und mehrere Bögen. Das läuft auf jeden Fall. Ich würd sagen, ich rüste mich jetzt noch ein bisschen aus. Und dann sehen wir uns gleich in der Arena, wenn wir ein Best-of-Three-Battle machen. Also bis gleich. Sie können sich tippen, teleportieren. Können sie sich teleportisieren. Genau. Lustig wäre das jetzt nicht? Doch. So, Leute. Wir sind jetzt in der Arena. Wir haben uns jetzt ausgerüstet. Und zwar hab ich jetzt hier die Lucky-Helmet, Lucky-Chest-Band mit beides Schutz-Fünf. Dann noch normale Tierrüstung. Und einfach hier vier Schwerter plus Poop-Ware und einen Ultimate Illuminati-Bow, Leute. Das läuft auf jeden Fall. Plus weitere Potions. Okay, Leute. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Okay. Du hast auch ein paar ordentliche Sachen, oder? Ich bin der Diamant-Krieger. Ich hab ein super Lucky-Sword und eine ganze Diamant-Rüstung. Aber die Healing-Bobs, die sind irgendwie nicht mitgekommen. Das ist ein bisschen schade. Ja, ich glaube, die hassen uns irgendwie. Aber die heilen uns wenigstens. Okay. Jetzt geht's aber los hier mit dem ersten Battle. Bist du bereit, Erik? Fahr in den Tische. Okay, ich bin bereit. Okay, alles, alles, los geht's. Ich hau erstmal nur den Pogen hier drauf. Oh Gott, Alter, der schießt einfach 20. Guck dir einfach mal die Spitzhacke an, wie schnell die ist. Alter, wie geht die ab, bitte? Oh. Neu. Geiles Battle. Klar. Überragendes Battle, Leute. Oh mein Gott. Was hat denn der Ultimate-Bo? Alter, ich weiß auch nicht, was mit dem nicht mehr fit geht. Warte mal kurz, warte mal kurz. Boah, der ist ausgewickelt. Ich will dich mal mit dem... Ich hab jetzt ein Schwert mit 120 Attack-Damage. Okay, ja. Schlag mich noch. Du stirbst einfach nicht. Das macht gar nichts. Was? Nimm mal das Schwert hier. Warte, warte, ich nimm mal das Schwert hier. Ah, doch, das macht Schaden. Das macht Schaden. Okay, ja, dieses 120er, das macht einfach keinen Schaden. Ist natürlich nice. Vielleicht ist das so ein Troll, dass du denkst, es ist ganz stark, aber es ist immer ultra fail. Das könnte ich mir vorstellen bei diesem Troll-Lucky-Block, weil der Troll-Lucky-Block ist ein Troll-Lucky-Block, Leute. Der trollt uns, der trollt die Leute, die den öffnen. Okay, jetzt geht's weiter mit dem nächsten Bad. Ich würde sagen, den benutze ich jetzt nicht mehr, diesen... Alter, ich hab Stärke 4 aus irgendeinem Grund, hä? Woher hab ich das bekommen? Lol, und der Bogen hat halt meine Rüstung so komplett zerfetzt. Du hast mich einmal getroffen, und mein Brustpanzer ist einfach weg. Und die anderen Sachen sind fast kaputt. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt direkt das nächste Bad. Ich benutze den Bogen jetzt nicht mehr, weil der zu OP ist, okay? Okay, 3, 2, 1, los geht's! Die Superspitzsacke. Oh Gott, die macht mir den Bogen. Wir können auch mal Lucky Blocks Spreef machen. Ja, ja, das müssen wir echt machen. Das ist so ein Ding, sag ich mal. Okay, los! Ihr könnt mal auch reinschreiben, eure Lucky Blocks und Minigames. Wenn ihr Lucky Blocks Minigames kennt, könnt ihr die auf jeden Fall auch mal reinschreiben. Wir haben eine Troll Potion. Oh mein Gott! Ist die gut? Oh mein Gott, ist die gut! Ich kenn mir auch mal eine! Warum ich? Warum ich? Warum nicht du? Okay, komm in die Arena, wir müssen kämpfen. Oh Mann. Okay, warte, ich bin mir noch eine weitere. Ich hab das Kultimative bekommen. Ich hab schon wieder eine Fail. Lucky Potion, warte, die, die, nee. Mit mir nicht. Okay. Das lass ich nicht. Und die nächste, okay, die ist gut, die ist gut. Okay, 3, 2, 1, los geht's! Okay, los geht's! Ab in die Arena, hier. Oh Gott, nein, die ist doch nicht gut. Ich kann nicht schlagen! Hilfe! Ich kann nicht schlagen! Ich kann nicht mehr schlagen. Oh nein. Stirb an Lava! Na ja! Ich glaub auch noch ein. Ja! Aber ist kein Problem für mich, ich hab noch volle Herzen. Hab ich Milch? Nein, hab ich nicht. Oh nein. Oh Gott. Kann ich die schlagen, Läge? Ich hab Vergiftungen durch dein Schwert. Was? Ich hab doch geschlagen! Lol! Was? Ich hatte irgendwie 100 Herzen oder so. Was? Du bist trotzdem gestorben? Ja, irgendwie dein Schwert hat mich erst vergiftet. Oh Gott. Achso, ich hab auch keine Rüstung mehr. Ich hab auch keine Rüstung mehr, daran liegt das. Ja, ja, nee, grad eben hattest du noch Rüstung, jetzt nicht mehr. Ja. Tschüssi. Alter, was hab ich für Überschwerter bitte? Nur weil ich diesen einen, ähm, diesen einen Bob gekillt hab, der hat mir dieses Schärfe X-50 Angriffsschadenschwert gegeben. Oh nein. Das feier ich auf jeden Fall. Oh, jetzt hab ich auch ne schlechte Potion. Okay, komm. Noch eine Runde jetzt hier. Noch eine Runde. Warte, ich mach mal Effekt. Äh, nur ne YouTube Clear. Aber ohne Rüstung, okay? Denn ich hab keine mehr außer die Schwert. Ein One-Hit-Battle, okay? Ohne Rüstung. Und der erste, der, der schlägt, hat gewonnen, quasi. Okay. Okay, bist du bereit? Warte, Troll Potion probier ich nochmal. Ah. Oh. Okay. Okay, jetzt geht's los. Drei, zwei, eins. Ab geht die sogenannte deutsche Post. Los geht's. Oh. Ah, gegenseitig. Okay, dann gehen wir uns für die Beide. Das ist immer das gleiche bei uns. Immer das gleiche. Ich muss auch noch das Vampire-Sword benutzen. Das sieht so cool aus. Okay, drei, zwei, eins, los. Okay, okay, okay. Jetzt geht die Stelle. Oh, da weich ich erstmal aus. Weich ich erstmal aus. Und jetzt. Nein. Oh Gott. Nein. Was? Oh, ich hab dich nie mal getroffen. Alter. Okay, woanders du mich überhaupt? Ja, machst du. Ja, okay. Okay, Leute. Ich würde einfach mal sagen, das war es schon von diesem Lucky-Blog-Video, Leute. Mit diesem Troll-Lucky-Blog. Der ist auf jeden Fall richtig cool, Leute. Also war auf jeden Fall ein richtig geiles Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da hier. Wie gesagt. Und schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Beziehungsweise auch mit anderen Spielmoden. Beziehungsweise mit anderen YouTubern. Könnt ihr alles mal in die Kommentare reinschreiben. Bald gibt es das Limitierte-T-Shirt von mir. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal vorbereiten darauf. Könnt ihr bald vorbestellen. Ist schon in der Planung. Und ich würde einfach mal sagen, das war es schon von diesem Video. Teilt das Video auf jeden Fall auch mit euren Freunden auf WhatsApp oder Facebook oder Twitter. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Schaut auf jeden Fall auch bei Eri vorbei. Und lasst ihm ein Abo da. Genau, da gab es nämlich jetzt auch eine Wette. Mit dem Troll-Lucky-Blog. Und er macht auch den Lucky-Blog-Monat. Deswegen könnt ihr den auf jeden Fall auch abonnieren. Den jungen Mann. Und abonniert natürlich auch mich, wenn ihr es noch nicht getan habt bis jetzt. Wie gesagt, teilt das Video auf jeden Fall mit euren Freunden. Schaut in der Place vorbei auf lucky.nunnern.de. Da sind schon über 250 oder 220 Lucky-Blog-Videos verlinkt. Sind auf jeden Fall viele dabei. Könnt ihr auf jeden Fall euch mal durchklicken. Und da würde ich auf jeden Fall mal sagen. Das war es von diesem Video. Und folgt uns auf jeden Fall auch auf Twitter, Instagram, Snapchat. Und den ganzen sozialen Netzwerken. Ist unten in der Beschreibung verlinkt alles. Und ich würde einfach mal sagen, das war es von diesem Video. Und dann sehen wir uns in einem weiteren Ciao, Leute. Jo! Wow, 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 wow. Ciao, ciao.